Was braucht man noch? Man braucht Gummibänder. Ich habe diese gleich kiloweise bei Ebay gekauft, gebraucht. Damit komme ich noch jahrelang durch. Gummibänder sind so teuer. Wenn man alle Matten mit Gummibändern mehrfach zusammenbindet, damit sie halten, dann braucht man ziemlich viele. Und ich sammle sie hinterher auch wieder ein. Aber Gummibänder, denkt man gar nicht dran. Kann ganz schön ins Geld gehen.